Musik Herzlich Willkommen zu Fragen an die Bibel. Wir haben heute eine Frage, die hat mit dem Tod Jesu zu tun. In welchem Jahr wurde Jesus gekreuzigt? In der Bibel finden wir nur spärliche Zeitangaben über das Leben Jesu. Den Schreibern der neutestamentlichen Bücher war viel wichtiger, dass der Sohn Gottes zu uns kam, für unsere Sünden starb, von den Toten auferstand und dass er wiederkommen wird, um uns ewiges Leben zu schenken. Erst durch den Einfluss des Hellenismus, also der griechischen Kultur, begann man nach exakten Zeitangaben zu suchen. Wir sehen dies im Ansatz schon in den Berichten des Lukas, der als Grieche das Leben Jesu und die Geschichte der urchristlichen Gemeinde genau erforscht hat. Übrigens möchte ich Ihnen empfehlen, das Lukas-Evangelium ist insofern interessant, da Lukas Arzt war, ein Stück weit geschichtlich an diese Ereignisse herangegangen ist. Er gilt übrigens als einer der besten Historiker dieser Zeit. Er schreibt übrigens das Lukas-Evangelium an einen intellektuellen Freund, Theophilus, um ihm die Dinge genau zu erklären. Trotzdem können wir das Jahr der Kreuzigung Jesu bestimmen, wenn wir die Angaben der Bibel mit historischen Ereignissen im Römischen Reich vergleichen. Also nochmal, Johannes der Täufer, der quasi den Weg bereitete für Jesus, der trat im 15. Jahr des Kaisers Tiberius auf. So nach Lukas 3 ist das beschrieben. Wenn wir davon ausgehen, dass Lukas sich hier nach dem jüdischen Kalender richtete, übrigens das jüdische Jahr begann im Monat Tishri im Oktober, September, dann ist dies der Spätherbst 27 nach Christus gewesen. Als Jesus von Johannes getauft wurde und seinen Dienst begann, war Jesus etwa 30 Jahre alt. Seine Taufe fand wahrscheinlich schon kurz nach dem Auftreten des Johannes statt und Jesus zog anschließend dreieinhalb Jahre durch Palästine. Johannes berichtet davon übrigens in einigen Kapiteln. Zum Beispiel über das Passafest, an dem Jesus teilnahm, einem Fest für die Juden, das offensichtlich auch ein Passafest war. Die Gründe dafür können hier nicht näher ausgeführt werden. Nach diesen dreieinhalb Jahren wurde Jesus von den Römern unter Pontius Pilatus, diesem Stadthalter, der damals 26 bis 36 nach Christus dort tätig war, ans Kreuz geschlagen. Seine Kreuzigung fand also im Frühjahr 31 nach Christus statt. Drei Bibeltexte und ein historischer Hinweis bestätigen dieses Datum. So versuchten jüdische Fanatiker, Jesus zu steinigen, weil er angeblich Gott lästerte. Er hatte nämlich gesagt, dass er Gottes Sohn sei, Menschensohn, von Gott komme. Doch Jesus entkam ihnen, so liest man das in Johannes Kapitel 10. Einige Jahre später steinigten Mitglieder des Hohen Rates Stephanus. Das wird in der Apostelgeschichte berichtet. Und diese Art der Hinrichtung wegen Gotteslästerung war bei den Juden eine übliche Methode, Menschen aus dem Leben zu fördern. Besonders dann, wenn sie meinten, er hat gerade Gott gelästert. Als Pilatus aber die Mitglieder des Hohen Rates aufforderte, Jesus nach dem jüdischen Gesetz selbst zu richten, antworteten ihm die Juden, wir dürfen niemand töten. Offensichtlich war den Juden die Vollstreckung der Todesstrafe zeitweise verboten worden. Tatsächlich hatte Konsul Lucius Helius Sejanus im Herbst 30 nach Christus im römischen Senat ein Erlass durchgesetzt, der Juden die Durchführung der Todesstrafe verbot. Im Oktober 31 nach Christus erhielten die Juden jedoch ihre Privilegien zurück. So kann man das nachlesen bei Staufer. Historisch gesehen konnte Jesus nur während dieser Zeit durch die Römer gekreuzigt werden. Es war im Jahr 31 nach Christus, während des Passafestes. Ein Jahr vorher oder später hätten die Juden das Todesurteil selbst verhängen und vollstrecken können. Dann aber wäre Jesus gesteinigt worden und nicht gekreuzigt worden. Interessant ist dieses Thema. So zeigen das Neue Testament und die historischen Fakten, dass Jesus genau in dem Jahr starb, das schon dem Propheten Daniel in Kapitel 9 des Alten Testamentes angekündigt worden war. Ein interessantes Thema, nicht wahr? Es lohnt sich, darüber zu forschen. Wenn Sie etwas schriftlich darüber haben wollen, schreiben Sie uns. Oder wenn Sie andere Fragen haben, ebenfalls. Wir freuen uns auf Ihre Fragen und hoffen, dass die Antworten Ihnen einen kleinen Einblick geben. Wir können immer nur versuchen, Antworten darzustellen. Wir sind nicht der liebe Gott oder ein Rathaus Gottes, das alles weiß. Ich freue mich auf Ihr Schreiben. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!